Servus Freunde und willkommen zum neuen Video. Heute geht es um das Case für das iPhone 16 Pro, denn ich wurde selbst schon gefragt, Mensch Wojtek, was für ein Case kann man denn dann nutzen? Weil da gibt es ja diesen Kamerabutton, diese Kamerasteuerung. Ich habe mir am Anfang auch kurz überlegt, wie wollen die dieses Case geschlossen lassen und funktionabel lassen. Also dass es nicht nur als Druckpunkt funktioniert, sondern eben auch zum Swipen. Das Apple Case kann es, aber ich habe mir hier was hingelegt. Ihr könnt es sehen, ich habe mir hier noch ein zweites iPhone oben eingerichtet. ESR Hybrid Case with Stash Stand. So sieht das Ganze aus. Ja, dann packe ich das mal aus. Das ist jetzt ein kleines Fake Unboxing, denn ich habe es ja schon die ganze Zeit drauf. Aber ich dachte mir so, ich stelle es einfach mal vor, weil ja, viele stehen noch vor dem Kauf. Ja, lustige Verpackung. Dann gibt es irgendwelche Hilfe-QR-Codes, wie man das einrichten kann, sage ich mal. Also wie man das Telefon reinstecken kann. Jetzt habe ich hier noch was irgendwo vergessen, verloren. Warte mal, da ist wohl noch was drin geblieben. Genau. Und zwar, jetzt kommt es, die Bedienungseinleitung von einem Apple iPhone Case. Das habe ich auch so noch nicht gesehen, aber ja, das gibt es tatsächlich. Und zwar, hier wird einmal drauf eingegangen, wo man draufdrücken kann, wo man nicht draufdrücken kann, was man nicht machen sollte und so weiter. Ja, finde ich, ist nicht schlecht, wenn jemand gar keine Ahnung hat, aber ja, dann gibt es natürlich noch mehr, noch mehr davon. Die machen auch selbst Werbung. Schieben wir alles zur Seite, kommen wir direkt mal zum Case. Und da ist es auch schon. Das gibt es auch als geschlossen im Sinne von, dass man nicht durchschauen kann. Ich habe mich für diese Variante entschieden. Ich habe ein schwarzes iPhone 16 Pro und dann dachte ich mir, wird das schon passen. Hier ging es mir natürlich in erster Linie um diesen Button oder beziehungsweise um diese Aussparung für den Button. So kann man das besser sagen. Und vor allem natürlich Halo Lock Magnetic Case. Also das soll auf jeden Fall MagSafe unterstützen. Und dieser kleine Ring, ja, der bietet nochmal Angriffsfläche für den Magneten. Und was ist das Besondere? Die Hülle bietet guten Schutz durch diese Ecken, also wenn das Ding mal fällt. Und im Endeffekt ist es nur mein Schutz, wenn ich ehrlich bin. Es ist mein Schutz fürs iPhone, mehr aber auch nicht. Dieses Feature, ich klappe es jetzt mal auf. Man kann es einfach aufklappen und man kann das iPhone dann so hinstellen, um eben vielleicht ein Video zu schauen. Oder man kann es auch so. So geht es auch tatsächlich. Ich stelle es aber auch manchmal so an irgendetwas ran. Und auch da klappe ich das einfach aus, damit die Kameras nicht an irgendeinem anderen Gegenstand zerkratzen. Rein theoretisch sollte das Saphirglas sein. Aber rein theoretisch, wisst ihr ja, wie das ist mit rein theoretisch. Die Apple Watch hat ja auch theoretisch Saphirglas. Dennoch habe ich es geschafft, hier einen ganz kleinen Kratzer reinzumachen. Aber nach, weiß ich nicht, zwei, drei Jahren. Nun gut, man kann das Ganze auch, weiß ich nicht, vielleicht so dran festhalten. Man soll es natürlich nicht nach da biegen, war auch in der Zeichnung drin. Ja, ist ganz okay, wenn man sich das so hinstellen kann. Gut ist aber, dass es tatsächlich durch diese, ihr seht es vielleicht von oben, es ist relativ dick nochmal, es ist relativ dick, aber bietet auch Schutz. Das heißt, ich kann sorgenfrei mein Telefon so hinlegen und weiß, die Kamera ist geschützt. Die Knüpfe hier, ich weiß nicht, ob man das so gut sehen kann. Das sind nur so über, ja, es sind so verdeckt, die Knüpfe. Und wäre dort Wasser, als Beispiel könnte das durchlaufen, ja. Und hier diese Aussparung, die ist tatsächlich gut. Also wenn ihr euch so eine Hülle kaufen wollt mit so einer Aussparung, das ist gut, tatsächlich. Hier funktioniert alles mit diesem, ich hätte fast Action-Button gesagt. Nee, mit dieser Kamerasteuerung funktioniert es wirklich gut, weil es ist auch so ausgeschnitten. Ich muss, ja, ich denke, das sieht man jetzt auch gut, dass es so ausgeschnitten ist. Also da passt auch mein Finger, dass der Knopf jetzt hier liegt und ob das jetzt gut ist. Da braucht man einen langen Zeigefinger oder wie auch immer. Das Case ist gut, die Knüpfe lassen sich alle sehr einfach drücken. Das passt wirklich super und, ja, ich verlinke es euch natürlich in der Beschreibung. Ich habe es natürlich erst wenige Tage. Ich habe es jetzt elf oder zwölf Tage und ich kann jetzt nicht sagen, ob das vergilben wird in zwei, drei Monaten. Aber, ja, zwischen 10 und 20 Euro gibt es so ein Case. Da denke ich, ich weiß es jetzt gerade nicht aus dem Kopf. Auf jeden Fall, es hat einen guten Halt für MagSafe. Es bietet diesen, ich nenne es jetzt mal Kickstand, ja, und hat die Aussparung für diesen Button, den ich zumindest eigentlich nur dafür nutze. Ja, für zwei Sachen mittlerweile. Zum einen Kamera einschalten und dann Ton. Den Ton mache ich auf circa 0,5, um da die Fotos etwas besser aussehen zu lassen. Und, ja, Case ist gut, kann ich empfehlen. Es gibt wahrscheinlich noch andere, oder was heißt wahrscheinlich ist, ich weiß, es gibt viele, viele hunderte Cases und alle wollen besser sein. Aber ESR, finde ich, ist eine gute Marke. Hier, Military Grade Protection steht nochmal drauf. Ja, wir wissen es alle. Hier ist auch nochmal ein Bild, dass man da auch MagSafe Sachen dran bappen kann, dass das funktioniert. Ach so, so habe ich es jetzt auch gar nicht gezeigt. Man kann es auch andersrum, man kann es auch im Prinzip auf die andere Seite hinstellen. So geht es natürlich auch logischerweise. Ob ihr das so oder so, sei euch überlassen. Auf jeden Fall ein gutes Case. Nach wenigen Tagen kann ich auch nichts Schlechtes darüber sagen. Das Telefon ist mir tatsächlich noch nicht einmal runtergefallen. Aber dieses Case sieht gut aus. Es ist, was ich noch gar nicht erwähnt habe, aber, also nicht ganz so weich, aber man kann das schon noch so ein bisschen leicht biegen. Es lässt sich so minimal biegen. Ich hatte schon ganz, ganz harte Cases, aber dieses hier ist relativ weich. Bietet aber, denke ich, guten Schutz durch diese starken Ecken. Ja, mehr gibt es auch nichts zu sagen zu diesem Case. Ja, ich hoffe, ich konnte dem ein oder anderen helfen im Hinblick auf einen möglichen Kauf. Denn, ja, was heißt man sollte? Ich renne ungern mit einem nackten iPhone. Auch wenn es schöner ist, aber wenn es fällt, dann ist es gleich zumindest optisch hin. Ja, selten, dass es gar nichts abkriegt. Aber, gut, wem es egal ist, da brauchen wir nicht drüber reden. Ansonsten, alle, die ihr Gerät gern schützen wollen, mit diesem lässt es sich machen. Gut, das soll es gewesen sein. Bis zum nächsten Mal. Euer Wojtek.